Musik 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 Ich habe das angeboten, ich kann Ihnen schauen, ich komme zu können. Ich hoffe das ich habe mit dem Mehrwert festgestellt. Wir können hier aber nicht mehr dabei sein. Schon wie wir das schönsten? Das ist halt ein Beispiel dieser Frage. wie gesagt, was ich hier auch ein Gefühl, dass ich hier nicht wieder nachdenke. Aber ich habe eine Ofrechte, die ich nicht so sehr tue, und er hat sich nicht mehr gesagt, dass er sich nicht mehr als Adamian ausfügt. Aber das war es eine Art von der Kultur. Und es war es so, dass er sich mit Adamian ausfügt und nicht mehr so viel zu Hause ist. Daher war es ein bisschen mehr so. Ich wollte ihn nicht mehr, aber es war nicht mehr so. Ich habe ihn mir gerückt und ich habe ihn mit einem schönen Tag geholfen. Die sind hier in den letzten Jahren, die sich der Land der Welt befindet. Die sind die Trenze und die Trenmö. Die sind die Trenmö und die Trenmö. Die sind die Trenmö. Und die sind die Trenmö. Die sind die Trenmö. Ich bin an die Trenmö. Ich bin ein. Das war es ein. Ich bin ein. Das war es hier. Das war die Magistris. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. ... 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 Und in diesen Seeleisen die wir im NDR drehen lassen, aber diese Erlösung sind und die Alcohol-Krise. Aber die Menschen sind merkwürdigt, das sie haben, und die Menschen gehen. Diese Leute umbietet uns an zu einem Punkt, die sie vor dem Motivation gehen, und dann haben sie auch in der Religion, die Religion zu beantwortet. Die Religion ist ein Kind und nicht, die Menschen zu wehr. Sie sehen uns alle anderen eine Ärzte, die die Menschen so gut ausmachen. Wenn die Leute nicht so, dann werden die Leute die Leute nicht mehr verletzen. Ich habe noch nicht die ganze Zeit gesagt, dass sie Leute nicht mehr verletzen können. Ich habe noch nicht mehr zu tun. So, haben sie versucht, sich zu bringen. Wohlfühlen die Leute, die Leute so gut sind. Wenn sie sich auch zu haben, die Leute nicht mehr verletzen, dann knifflügel sind und sich auch zu erhalten. Und was sie noch nicht verletzen? Ich habe noch keine Wohlbewegung. Es ist eine schwierige Zeit, aber das wird es eine schwierige Zeit. Es ist eine schwierige Zeit. Do you have your ID with you? I have my passport. I have my passport. Would you? Or just say your... I don't know how to spell your name. Oh, okay. Can I write it or do... S-T-E-V-E-N S-T-E-V-E-N Do you need me anymore? N You can just put K-A-M-A Thank you very much. Thank you for coming. Congratulations. Alright, so I was on a plane and I met Gheorgi actually and he was telling me all about this religion that kind of makes sense to me. It opened up. Pretty much it lets you open up yourself to other people. So it's pretty nice and other ideas. Because in this religion actually you can actually have your beliefs and they can be parallel with other beliefs at the same time. So for me actually that's a pretty cool concept because usually religions are a little bit more... They're more exclusive to other religions. So yeah, I support this religion because it lets people be more free. So in my head I've got now the power to... ...wet people. ... ... ... ... ... ...